In diesem Pixel-R-Schnipsel-Tutorial lernen wir, wie man die Anordnungs- und Stilwerkzeuge in Pixel-Rx verwendet. Die Anordnungs- und Stilwerkzeuge befinden sich hier im Werkzeugbereich. Klicken Sie, um die verfügbaren Optionen zu öffnen. In der Liste der Anordnungs- und Stilwerkzeuge haben Sie direkten Zugriff auf die gleichen Werkzeuge wie im Werkzeugbereich auf der linken Seite. Auf diese Weise können Sie den Großteil Ihrer Bearbeitung in einem einzigen Tab abschließen. Zum Beispiel haben Sie im Anpassungsbereich Zugriff auf Farbe, Licht, Details und Szenenwerkzeuge. Lassen Sie uns die drei automatischen Bearbeitungswerkzeuge oben im Panel betrachten. Mit einem einzigen Klick kann das Automatikwerkzeug Farbe, Beleuchtung, Kontrast und andere Details korrigieren. Wie durch die lila Balken angezeigt, hat es sowohl die Farb- als auch die Lichtelemente unseres Bildes beeinflusst. Indem wir den Farb-Tab öffnen, sehen wir, dass es die Leuchtkraft unseres Bildes erhöht hat, und zwar um 27. Durchgedrückt halten der Vergleichstaste können Sie eine vorher-nachher-Ansicht der angewendeten Bearbeitungen auf Ihr Bild sehen. Jetzt, da Sie wissen, wie man die Anordnungs- und Stilwerkzeuge verwendet, viel Spaß beim Erstellen mit Pixel Rx.